deutschland und vorhin seine runde im championnat muss ich sagen gefiel mir unglaublich gut junger mann mit jungen pferd und dann wirklich gegen die weltspitze also nicht nur zu bestehen sondern das wirklich in dieser idealen weise dort zu praktizieren weil ich sehr von angetan christian kuckuck hat jetzt auch er ein pferd hier von karl gerken diesen diese carico laut chemstute cabana und und 0 und 64,47 sekunden und christian kuckuck weitere starke runde jetzt im hier von christian kuckuck mit cabana straffung frei jetzt müssen wir noch ganz kurz schauen wo er damit dann auch landet auf platz nur noch 8 momentan